Dann haben wir hier mal eine Runde Freispiele. Zwei Euro im Satz. Sehr schön. Schöne Mischung. Jawoll. Sehr schön. Da waren es 30. Hammer. Jawoll. Noch eine Runde. Soja. Manni, Alter! 1, 2, 3, 5! Geil! Geil! Ist ja über! Oh, 70! Mega! Nächste Runde! Oh, Delfin nochmal! Aha, diesmal nicht! J응, Alter! Jungs, Angel das Ding! Jungs, wieㅋ Das ist doch mal eine schöne Runde. Wahnsinn. Richtig geil. Und noch 700, wenn wir Glück haben in Action Games. Mega. Jawohl. 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 Er füllt sich. 24 bleiben noch stehen. In 5 Minuten geht es dann weiter, sehr sehr schön, richtig geil. So, dann drehen wir mal hier eine Runde, 1 Euro Einsatz, irgendwie kriegt bei dem Spiel immer nur die Dame. So, dann drehen wir mal. So, dann drehen wir mal. Wir nehmen auch gerne 5. Nummer 10. Sind wir durch? Mir gibt es nichts, sagt er. Und weil es so schön war, gibt es noch eine Runde. Oh, das sieht schon besser aus. So, sehr schön. So, dann drehen wir mal. So, dann drehen wir mal. Und Nummer 10. Bleibt dabei. So, dann schauen wir hier rein. Oh, ein bisschen was verdünktiert hier. So, dann tun wir die Tür. okay dann gucken wir uns mal hier zwei freispiele an 1 euro einsatz noch mehr kann man ja nicht so schauen wir doch mal die delphine hier bringen noch eine runde sehr schön ja Und eins haben wir noch. So, dann wollen wir nochmal hier reinschauen. 1€ Spielerinsatz. 1€ Spielerinsatz. 1€ Spielerinsatz. Kriegen wir auch nochmal ein Chicket hin? Anscheinend nicht. So, dann gibt es heute mal hier Freispiele. Im Hoke. 1€ System. 1€ Spannung. 3€ Schens. 1€ Schens. 1€ Schens. 2€ Schens. 1€ Schens. 1€ Schens. Oh, jetzt packen wir noch ein paar Rippen hier. Und eins haben wir noch. Oh, damit können wir doch leben. So, dann drehen wir hier noch den Pfarrer aus Gold. So, dann drehen wir noch ein paar Rippen hier. Oh, sehr schön. Gar nicht mal so übel. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020